Autodesk freut sich, Ihnen das neuste Mitglied der CAM-Lösung für integrierte CNC-Programmierung Inventor HSM Pro vorstellen zu können. Inventor HSM Pro unterstützt 5-Achsen-Kontur- und 5-Achsen-Welsfräs-Bearbeitung. Planen Sie optimierte Werkzeugwege mit der verbesserten Strupp-Strategie Adaptive Clearing 2.0 und profitieren Sie von einer verkürzten Zyklusdauer durch kontinuierlichen Werkzeugeingriff. Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten der bekannten 2,5- und 3-plus-2-Achsen-Strategien durch die Verwendung der 5-Achsen-Neigungsmöglichkeit in den Strategieeinstellungen von Inventor HSM Pro. So vermeiden Sie aktiv eine eventuell entstehende Kollision des Werkzeughalters mit dem Werkstück. Auch die Simulationsmöglichkeiten sind bei der Entwicklung von Inventor HSM Pro erweitert worden. So lassen sich die geplanten 5-Achsen-Bearbeitungsabläufe visuell analysieren, bevor man den CNC-Code an die Maschine übermittelt. Inventor HSM Pro basiert auf der gleichen zukunftsorientierten 64-Bit-Multicore-Systemarchitektur wie alle Outdoor-Scam-Lösungen. Dabei unterstützt Inventor HSM Pro bis zu 64 physische Prozessorkerne. Durch die so verteilten Berechnungen der Werkzeugwege können die benötigten Werkzeugbahnen noch schneller berechnet werden. Ein wichtiges Detail muss noch erwähnt werden. Zum Lieferumfang von Inventor HSM Pro gehört eine uneingeschränkte Inventor Professional Lizenz. So erhalten Sie eine optimale CAD-CAM-Simulationsumgebung für Ihre Konstruktion und Produktionsplanung, ohne dabei Kompromisse oder Systemwechsel berücksichtigen zu müssen. Was will man mehr? Alle Planungsabläufe in einer Umgebung bearbeiten. Das spart Zeit und Kosten. Jetzt liegt es ganz bei Ihnen. Am besten Sie probieren das einfach aus und holen sich Ihre 30-Tage-Testversion. Dann sehen Sie selbst, welche Möglichkeiten Inventor HSM Pro für Sie bereithält.